Hallo Familie und hallo Kinder, ich bin Valentina. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Argentinien und lebe im Bundesland Mendoza, in der Stadt San Martín. In meiner Freizeit mache ich Gimasi. Ich höre gerne Musik und lese. Hierzu treffe ich mich gerne mit Freunden. Ich bin ordentlich, einfühlsam, superlassig, respektvoll, liebevoll, jundlich und lexibel. Ich möchte auf ein paar werden, da ich meine Zeitperne mit Kindern verbringe. Spiele mit ihren Spielen, mal auf den Spielplatz gehe oder in den Vorlese. Ich möchte euch so bald kennenlernen und teilt eure Familie weiter. Ich liebe Grüße und bis hoffentlich bald. Ich liebe Grüße und bis hoffentlich bald. Bis zum nächsten Mal.